Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen CSGO Video und heute gibt es mal ein bisschen ein anderes Video, ja man liest schon im Titel, ähm, die ganze Sache war heute ein bisschen verwirrt, ich hab nämlich mir gedacht, dass ich jetzt eine neue Serie anfange und das eben, ja, mit einem neuen Video anfange, nämlich heißt diese Serie SoloQ Abenteuer oder irgendwas eben in diese Richtung, ich hab dafür noch keinen richtigen Namen, könnt ihr mir auch gerne Vorstärke in die Kommentare schreiben Und es war für mich so, dass es eben sozusagen ein Format ist, in dem ich SoloQ Ich hab mich entschieden, in das EA Game zu machen, hab die EA gesucht und ich persönlich bin auch, ja, ich bin einfach keine Person, die für EA gespielt hat, ich hab vorher ein Game gemacht und davor, vor 5-6 Monaten mal die EA gedadet, das war's eigentlich und deswegen hab ich einfach mal das Game gesucht und dann bin ich einfach mitten in ein Halftime Game reingekommen, wahrscheinlich ist da in der ersten Hälfte irgendjemand geragequittet und ich bin einfach reingekommen, ich war mega verwirrt, ich hab schon mal überhaupt ganz geblickt, deswegen glaube ich wahrscheinlich auch am Anfang, ein bisschen komisches Zeugs und ich würde einfach sagen, ich würde es jetzt nur so am Anfang sagen, dass es eben keine Verwirrung gibt, viel Spaß mit dem Video haut rein und ja, ich war ein bisschen verwirrt und ich laber vielleicht ein bisschen Scheiß am Anfang, viel Spaß mit dem Video Und jetzt? Hallo guys, ich gehe A Hallo B Warum habe ich einen M4? Ehh 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 Komm mal, lass uns das machen, komm mal Team Let's go, let's go Yo, Leute, was geht auf und herzlich willkommen hier zu einem etwas anderem Video Eigentlich wollte ich gerade eben... Ich spiel kurz die Runde Eine Sekunde Es ist A, es ist A Hier zu meinen Eines, schnell Okay Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video Eigentlich habe ich mir gerade gedacht Yo, ich starte jetzt sozusagen Mein allererstes Video von Solo Queue Abenteuer Das ist eigentlich eine Serie Bei der ich sozusagen Solo Queue Games spiele Und einfach mal schaue Wie ich jetzt alleine hier rumkomme Ein bisschen Solo Games zu machen Und ich starte gerade ein ESEA Game Ich habe nämlich gerade eben ESEA gekauft Weil ich langsam eben Matchmaking insgesamt satt habe Und Ich starte gerade ESEA Suche ein Spiel Und Bin auf einmal In einem 8.7 Match WTF Ich wusste gar nicht, dass es geht Also Yo, Leute, was geht auf und herzlich willkommen Ja, habe ich ja schon kurz gesagt Ich bin ein bisschen verwirrt Ich bin ein bisschen verwirrt Also ESEA ist eine Plattform Wie Faces Und Matchmaking Und so weiter und so fort Das heißt Man kann hier Ja, was ist mir Und lebt Ja, ok Ja ein bisschen Ja, es ist ein bisschen Ja, nichts mehr Ja, nichts mehr Ja, sonst noch nacken Ich werde die EOP VENT Ich werde die EOP Ich werde die EOP Ich werde die EOP Was hast du Kevler? Dess, das Ja, ich werde die EOP Ja, ich werde die EOP Ja, ich werde die EOP Der EOP Und ich starte gerade eben ein Game und ich komme in ein 8-7-Game-Rechnung so Warte mal ein paar Was? Irgendwie auch die Gegner sind Zuschauer von mir Und ich denke gerade Was? Was ist hier los? Was? Ich starte, ich starte einfach ein Game und ich komme einfach in ein 8-7- Ich wusste gar nicht, dass das wirklich ist Anscheinend kann man hier einfach bei Half-Types reinjoinen Wenn jemand gecoutet ist Ey Leute, ich bin gerade so das Todesverwort, ne? Was ist hier los? Also, es macht schon Sinn, dass ich jetzt einfach in einem Game gejoint bin Bei dem einer gelechtet ist Aber ich dachte ja nicht, dass man einfach so reingeworfen wird Dann das ist mir eine Vorwarnung So, hey du Jax-Gang Ja, er ist in front of Bay with an AK Ich bin gerade das Todesverwort Und ich weiß jetzt schon, dass egal und ich konzentriere Egal wie jetzt dieses Game ausgehen wird Ich werde dieses Video auf Youtube umraten Und vor allem ich spiele gegen zwei Zuschauer Was ich wirklich cool finde Ähm, ich glaube ich werde jetzt einfach irgendwie vor das Video Ganz kurz so ein Disclaimer sagen Einfach kurz 30 Sekunden sagen, was ganz ehrlich los ist Weil ich Sehr verwirrt war Ich hab so ein Scam, so Cash So 8-7 Ich denke so, Fika das geht schon los Ich hab die Bombe 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 Junge, die geht Aber nichts gegen die Mades Aber die sind schon teilweise stressig Es war doch klar, dass wenn der einen Chip mitte hilft Dass ich kurz rotiere Das ist komplett so spielt, man Man, mega den Stress aber ausnaherweise Holy shit Guck mal, so lasse ich mir das loben Wenn ich auf die Leute draufgehe Und ich seh schon in meiner Steam Corp sind die Leute drin Oh mein Gott, Fade Was ist das passiert? Ja, eine andere 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 Be careful Zwei mehr, eine andere andere Ja 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 Schraubt 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 Ja Schraubt 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 Die Mades sind schon ein bisschen aufgesteilt Also, ich kann mir schon ein bisschen vorstellen, was passiert ist, weil ich bin jetzt eben reingejoint, das heißt, dass jemand wahrscheinlich gequittet ist, das heißt, dass wahrscheinlich die schon davor ein bisschen Stress gemacht haben mit dem Maid, das gequittet und jetzt bin ich sozusagen, hallo, ich bin Stanton, ich bin auch mit rein, aber, die sind, die, du merkst schon ein bisschen so, ein bisschen die Stimme, ich bin schon ein bisschen angeregt. Na, schade. Oh, man muss doch nicht so stressbar, der Typ, der schreit rum, oh, you don't help me, ich kann ja noch nicht hier, wir können doch nicht nebeneinander stehen mit dem Digger, es funktioniert nicht, man muss ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen Rufling feiern, hey, shit. Ja, ich habe einen, zwei Leute, zwei Boxen, nicht wirklich. Nein, 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 ich habe, ich habe nicht gesehen. Nein. Nein. Eigentlich wollte ich gewisse Sachen über SEA eigentlich im Intro, in der Aufwand Puzzle, wenn es 0-0 steht, Besprechen, aber ja, ich kann jetzt ein bisschen was über SEA sagen, es ist kein gesponseres Video, sowas, es gab es aber auch noch eine Frage, am Anfang. Nämlich ist es ja eben, ja wie gesagt, so eine Seite wie Facel und so weiter und so fort, wenn man auf 128 Tick-Servern rankt 5 gegen 5 spielen kann. Man zahlt was dafür, aber in meinen Augen ist die Atmosphäre und die Community sehr besser als im Matchmaking. In Matchmaking, da, man kennt's, da kann... Ja, für sure. Does he get a Warhack or what? Um es jetzt böse zu sagen, würde ich einfach sagen, dass im Matchmaking jeder Trottel spielen kann. Ähm, und in ISEA ist es eben schon eher so diese Community, die wirklich sich verbessern will, die alle samt auch Englisch reden und wirklich eben auch reden, was man hier auch klar erkennen kann. In dem ordentlichen Englisch und die ganze Zeit so 128 Tick und anscheinend gibt's auch am besten an den Schiff zu kämen. Hold it, hold it. Also, also, sofort. Und, ähm, ja, der Typ hat keine Zeit. Nice. 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 Man, a lot of steps. Wow! Fass mich, fass mich, fass mich, fass mich. Oh, shit! Ich dachte, dass Mini-Steps ein bisschen weiter hinten ist. Shit, das ist okay, das war mein Fehler. Oh, das ist so schön. Careful, vent. Careful, vent. Fass mich, fass mich, fass mich. Yeah. Okay. Ich bin blind, man. Nice. Oh, shit! Oh, shit! All three, be main. All three, all three. Wow! What the fuck? Okay, das warf. Heddy ein bisschen. Haha! Scheiße! Oh, nein! Mach den Ninja, auf geht's! Was vielleicht auch noch eine, etwas Speziers eine sehr ist, ist das, wenn man gestorben ist, dann kann man nicht mehr richtig mit den Teammates kommunizieren. Das heißt, ich glaube, wenn man stirbt, hat man eine 10-sekündige, ähm, Deathline sozusagen, ähm, in der man auch kommunizieren kann. Danach kann man eben auch nicht mehr kommunizieren, die Mates hören einen nicht mehr. Ja, wir können doch noch mit den Toten sozusagen fliegen zu. Okay, das war nur ne Elko, Jungs, ja. Please, please. I gonna buy off. We will win this round. Please, uh, 1B. I need the supporter on that. I got B. Yellow, maybe help blue out, mate. Please, win this arm, they don't have money. F&B, man. Main silent. Main silent. I got the noise. I got the noise. I got the 1B. I got the 1B. It's a, it's a, it's a, come. 2L. No. 2, main 2. 2, they're both. Save mob, save mob. I don't. Save mob. I don't. I don't. Low, main. Main low. 2. Easy, hello, he got low HP. Yeah, just go back there. Nice. The teammates hear you? No they can't hear you. No. Go anywhere with me, middle, I don't hold it. 2 in front of me. Copy, come, come. Copy. Nice. 2 Mobi Ah, den hätte ich auch noch bekommen können, den letzten Velix, äh, den zweiten Velix Das ist der schöne Fire Servant Nur so am Rand, ne Ey, das ist aber schon krass, ne Weil, die spielen ja eigentlich gerade so um alles, ne Das ist der Matchpoint und sowas Ich fühl mich irgendwie so, das ist gerade wie so die Anti-Eko oder sowas Weil ich einfach so überhaupt nicht drin bin Hey, was ist das denn? Ich hab, ich dachte ich kann dem seinen Fuß nicht hitten Ohhhh Ja, komm mal, komm Everywhere Ich hätte ihn noch kommen, sondern 1-Eko, full-Eko-Ton Scheiße Full-Eko, ja full-Eko Push mit, all together, push mit With your PS Ich will eine AK haben Das ist aber kein AK Der letzte Seite Der letzte Seite Der letzte Seite Der letzte Seite, ja Wir sind die Terroristen Engelig. Das ist aber das Wir sind nicht nachles, das ist aber das Wir sind Felder Oh, okay Oh, okay Oh, hm, hm Das ist ein guter Spiel. Ich bin so, gerade beim Surfen, im Hintergrund sucht ihr das Ding, so ISEA, coolen Game, drückt drauf, Cash mich gelandet, nice, ja, ich komme so rein, auf einmal habe ich so, so alle so, yo, Mark, Halo und normalerweise es dauert Ewigkeiten teilweise, zumindest bei meiner Erfahrung mit ISEA, dass die Leute alle connecten, alles connected, ich habe so, Digga, was, das ging schnell, guck so hoch, 87, deine Leute, spam schon und schätzen, okay, alles gab, ähm, ja, das war vielleicht so das andere ISEA Experiment und, ja, herzlich willkommen, ähm, zu meiner kleinen neuen Serie, vielleicht sage ich jetzt eben die Sache, die ich nochmals am Anfang gesagt hätte, wie gesagt, es ist jetzt eben eine neue Serie, die wird wahrscheinlich Solo-Cure-Abenteuer oder so heißen, das ist nicht kopiert von Trilogs, ähm, Serie Match-Wacking-Abenteuer, heißt die, glaube ich, ich mag den Namen einfach, mir ist der Name aufgekommen, nicht, dass ihr jetzt irgendwie denkt, dass ich mir irgendwie Klicks mit dem Abenteuer abstauben will und so weiter und so fort, also nicht geklaut, ja, ähm, insgesamt möchte ich sagen, ähm, das ist eben jetzt so eine Serie bei dem Solo-Cure-Spiel, ISEA Match-Wacking und so weiter und so fort, ich habe jetzt nur, wahrscheinlich, ISEA für die nächsten paar Tage geplant, für die nächsten paar Folgen, da das eben für mich so ist, ich habe Match-Wacking heute gespielt und, ja, es gab jetzt Summer Sale und wenn es Summer Sale gibt, dann stocken alle Hacker bis oben hin mit Accounts und die werden dann eben nach und nach weggebannt, das heißt vielleicht in 1, 2, 3, 4 Wochen kann man dann mal wieder ein bisschen sich in Match-Wacking rein tasten, weil wir heute gespielt haben, zwei kamen, ersten Game haben gedacht, ja, komm, ja, ich glaube, wenn es jetzt ISEA macht das hier, statt auf dem Match-Wacking, ähm, und ja, vielleicht noch ein paar Sachen an euch, so, wie findet ihr insgesamt das Format, ja, ähm, vielleicht einen anderen Namen für das Format, schreibt sie gerne unten in die Kommentare und was ich ebenso noch cool finden würde, ist, wenn ihr reinschreibt, wie ich sozusagen dieses Video gestalten soll, ob ich es schneiden soll oder nicht, ist für mich so ein Ding, ich versuche so mittelbar zu finden, ich will nicht so extrem viel schneiden wie bei normalen Match-Mackings, aber ich will trotzdem noch in generell Sachen schneiden, ich werde sie kein 45 Minuten Video geladen, sondern wirklich eben meine Full-Match-Wacking also 20, 25 Minuten anpeilen, ja, und ich würde jetzt einfach mal sagen, ich bin mega verwirrt immer noch, äh, das hat man heute wieder witzig gefallen, das gerne, bis zum nächsten Mal, Leute, ciao.